Yo, und da sind wir ja schon wieder. Ja, geht's gleich wieder weiter. Wir müssen zum nächsten Punkt. Hinter uns sind's alle her. Ja, läuft's. Ups, schon erfasst. Hat der Zivilist keinen Zivilisten überfahren? Ich bin dagegen gefahren und dann ist er rückgerts gefahren und hat ihn überfahren, ja. Interessant. Schau mal, da ist nochmal ein Flugzeug. Ja, ich hab's grad gesehen. Da hab ich's ignoriert. Ignorieren die jetzt. Das ist ein Medikamentenflugzeug. Macher ist nie da. Der darf kein einsteigen. Und auch nicht das Flugzeug zerstören. Ja, ich kann da nicht mehr. Ja. Durch die Österie stamm. Hoppen. So cleart man. Äh, Kingsley, ja. Passt. Staufschützen schafft. Dein Pilotenschein. Passt gut zu meinen Stiefeln. Okay, ich look. Fire Boston Reed fliegt viele Jahre Schmuggelwahn für Santa Blanca. Er begann in den 90ern als Pushpilot für die Kolumbianer, bevor er El Bukita traf, der ihm eine Festanstellung in den Rängen von Santa Blanca anbot. Ich sag's ja noch ungern. Wie lange ditcht ist das Flugzeug? Ich sag's ja noch ungern. Wir haben nur noch drei Kingslayer zum finden. Und ich muss auch fucking undditch das Flugzeug durch den fucking... ...Aquettengebiet fliegen. Ja, das wird jetzt auch lustig. Wie weit ist es denn weg? Naja, wenn du grad um mich fliegst, dann fliegen wir sogar an der einen Basis gerade jetzt vorbei. Wir rufen uns ein bisschen auf der Area 5035. Ich nehm dir jetzt Area 5035. Ich nehm dir jetzt Area 5035. Ich hab' dir auf ihn fliegen. Hm? Scheiße. Ja? Warum das? Weil ich aufgekommen bin. Hallo, ich bin tot. Ah, okay. Ich hab' mein Flugzeug überfahren. Nein, ich wollte eigentlich zu dir wie möglich fliegen und auf einmal war's am Boden. Nein, kein Problem. Scheiß drauf. Mein Lauf von Ritz war. Achso. Da. Hä? Praktisch. Ja. Ich fuhr. Okay. Na, vorher nicht. Jetzt hab' ich mich umgeguckt. Ja, okay, dann vorher. Uh, salzüse. Ich glaub, dass der Kattur wo hat. Du erwartest Sachen von Dingern. Wie wir da drinsitzen, Alter, wie die letzten Behinderten. Ja, wir müssen sonst das reinmachen. Ha, 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 ha. Hm, die Waffen gehst'n davor. Hm, ich seh' bis jetzt noch nicht. Ich seh' dann lauter... Lauter Hügel? Ja, ich schau' dann nach Hügel aus. Und ein Treibstoff-Heli mittendrin. Den nimmt man keiner weg. Das haben wir da drin. SR1 Schlechter, schlechter, Geräuschminderung ist besser, aber der Rest ist schlechter. Ja, aber die Geräuschminderung ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Weil ich spiele mittlerweile Sniper ohne Schalldämpfer. Oh mein Gott, das Flugzeug ist ja genauso im Arsch wie das letzte. Ja, aber der Posten ist gleich nebenbei. Ja, aber du weißt, was passiert, wenn ich jetzt hoffentlich 200 Meter Höhe, dann darf halt eigentlich nichts passieren. Äh, die Hinderung, da haben wir noch Fragezeichen, da haben wir noch viele Fragezeichen. Ich sieg 4 hier. 1...1...1...1...1...1...2... Da und da. Bist du mit dem noch gleich zurücklegen? Nö. Der piepst nicht viel. Also, ich habe ein Fragezeichen, pass auf. Da, da... Also zwei nebeneinander da, dann eins da und eins wo wir jetzt hier müssen. Also, da wo du gerade eins gesetzt hast, dann habe ich da eins und das was dann. Da oben noch zwei? Äh, die zweite habe ich schon mal, die habe ich bei uns an, wo wir diskonnectet waren, war in der Nähe. Also, da war was drin. Wie ich geflüchtet bin. Mauer war die zu. Also, dann sind die letzten 2 Kingslayer, 3 Kingslayer irgendwo da unten. Also, was läuft denn schon wieder? Keine Ahnung, es hat 2900 Meter, aber Heli ist immer Heli. Heli ist Heli. Heli ist Heli. Wollt ihr schon Platz machen? Das schießt nicht unsere Verbündeten oder so. Hallo? Nee! Nee! Da, hinreden. Fast. War da keine Waffenkiste? War da keine Waffenkiste? Wo? Die hätten wir auch mal nicht zu nehmen können. Ja, im Endeffekt schon. Brauchen wir einen Nebenauftrag mit, oder? Einen Auftrag, ja. Gut, Friedhof, Untersuchung. Alles klar. Sterben da etwa alte Züge? Als die Minen ausgebeutet waren, haben die Firmen ihre Züge hier zurückgelassen. Bleibt in Deckung. Wir wollen kein großes Aufsehen erregen, bis wir was finden. Warte, Zeichen von Kartellaktivität voraus. Omen hat offenbar recht. Fehler wartet. Zurück an die Arbeit. Wie lautet der Plan, Boss? Wir suchen eine Drohung aus. Hat seine Vorteile, du kannst dich wenigstens bewegen. Alles, alles überbewertet. Hiho, meine Freunde, ich bin hier. Den müssen wir verhören. Du hast ihn getötet. Den müssen wir hören. Ich hab gar keinen getötet, noch nicht. Ich auch nicht, ich hab nur auf die Reifen geschossen. Ich hab nicht einmal auf irgendwelchen geschossen, der was gefahren ist. Der ist gefahren? Ja, ich hab auch nicht getötet. Der war auf einmal tot. Ich hab auf die Reifen geschossen. Welche Reifen? Vom Auto. Vom welchem Auto? Vom welchem Auto? Das, was mir dahin ging gekommen ist. Ich war eben zu früh hoch, schon einmal zu trinken. Ja, da kam ein Auto. Ja, da ist kein Auto gekommen. Der ist auf jeden Fall tot. Wir müssen... nicht gleich hütteln. Also wir müssen ihn erst verhören. Also aufpassen, wie wir das schießen. Jawohl, verhören. Jawohl, verschießen. War mir so klar, dass wir jetzt von oben kommen. Jawohl, von oben. Da ist der Auto. Was? Das ist da. Warte, Zeichen von Kartellaktivität voraus. Bowman hat offenbar recht. Wie lautet der Plan, Boss? Wir suchen das Oberarschloch. Ah ja, das ist das, was brennt. Genau das. Ich sehe einen Santa Blanca. Seht aus wie der Mann, den wir suchen. Uuuuuh. Da hat er 240 irgendwo da hinten. Haben Sie Sägen? Hier ist es nochmal. Hier ist es Kinkler. Hier ist es genau da. Wie warst du Sägen? Irgendwelche Knochen. Na, ist ein Nagel. Hier läuft er rum. Muss, muss. Du bist das nicht. Ey, ey, ey. Cool bleiben, cool bleiben. Komm. Du bist irgendwie falsch. Falsch ist immer im Auge des Betrachters. Der fahrt da weg. Ich bin ja grad hinten auch. Alter, du bist voll in die falsche Richtung. Du bist ein Scheißdreckner. Ja, ich glaub, die Runden ist... Nein, nein, ich hole dich noch. Pass auf. Ich hab ein Motorrad. Das ist ein Motorrad. Du willst 200 Meter hinkommen. 100 Meter hinkommen. 100 Meter hinkommen. 100 Meter hinkommen. 100 Meter hinkommen. Das Ziel ist weit entfernt. Mein. Wenn das für mich aber auch gilt, dann ist das aber ein Problem, oder? Wahrscheinlich. Meine Güte! Halt die Kost. Also, wie... Was findest du jetzt daran so lustig? Ich find das gar nicht lustig. Ich find das voll witzig, weil ich bin ja voll schnitt. Ich hab mir schon gedacht. Hä? Ich bin eben hinten nach. Wo? Sorry. Es tut mir echt voll leid. Hör mal, hört's. Der ist weggerannt. Ich bin eben einfach hinten nachgedeifelt und hab alles außen oben und mir weggeschossen. Weil man so ziemlich fließt. Meine Güte. Warte. Zeig mal Kartellaktivität voraus. Ich hab den Zivilisten beschützt. Der hat den Best Body gehabt. Allerzeit. Der warst dann auch noch gestorben. Fair. Ja. Wo bleibst du denn jetzt? Ja, warte. Ich komm. Ich komm. Hast du wenigstens die Kingslayer dann schon mitgenommen? Nein. Ich mach jetzt vorher den Typen. Hallo. Böser Kaktus. Ich mag noch mal so einen Meisterschuss hinlegen. Das hat mir gefallen eigentlich. Muss ich ganz ehrlich zusagen. Jetzt sind wir 472 Meter. Das ist schon eine gescheite Distanz. Ich möchte wissen, ob ich den so nebenbei geschafft habe oder ob der Fall lang hat es wieder. Den hast du nebenbei vom Heli gemacht. Meinst? Ja. Jetzt ist es haarig. Okay. Der hat ja auch noch mal keine Reifen mehr, der Heli. Ja. Irgendwo da, wo die vielen Autos und die Heli stehen ist er. Ja. Ich lauf ein bisschen außen rum. Also immer zählen, bevor du auf irgendwas schierst. Also. Tango getroffen. Ziel Nummer 2 da. Ja. Ich muss hau außen rumlaufen. Anders komm ich nicht rein. Teil. Ein Schuss, ein Treffer auf dem Prinzip war ich grad. Zweites Ziel da drüben. Okay. Das sieht aus wie der Mann den wir suchen. Denk dran wir brauchen ihn lebend. Okay. Bist du mich grad von der Seite ran? Ja. 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 und ich blase dir nicht das hinweg was ist mit diesen leuten wo kommen die her und das kartell sind die beteiligt wir behalten alles für uns ich will eine liste dieser dörfer sofort aber die haben sie nicht von mir habe ich von dir viel spaß bei schlafen ok wenn wir wollen immer die tor da musst du nun fertig und fertigkeiten punkt genau das ist aber zwar wo jetzt markiert habe und dann darf er nur in ihrem rum sei irgendwo hier hinten genau die ganzen züge legende viel spaß mal lesen juni war einst eine florierende stadt und drehscheibe für die züge welche die bodenschätze zu den zehn transportierten in der zweiten hälfte des 19 jahrhunderts kam es zum langsamen niedergang berghaus und die züge wurden außerhalb von juni abgestellte eine der haupttouristen attraktionen in diesem gebiet nur so turistisch schau doch jetzt nicht aua ja bitte schütz mich nicht beim nächsten mal ne ne wieso weil ich gerade tot bin du bist tot? Drohne fliegt wegen arm Hansl mann das merke ich morgen früh noch scheiß wach tue mir leid du du gerade vögel schießen wow die sterben nicht die sind unverwundbar hier ist es nackster ein flugplan Dumpidumpi 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 Ok die Katze zeigt die Routen die von den Drogenschmuggler verwendet werden um das Kokain nach Nordamerika zu bringen Santa Blanca nützt hauptsächlich Buschflugzeuge die niedrig nur bewegen um den Radar zu entgehen sie werden in Venezuela und Icaragua aufgetankt bevor sie nach Mexiko fliegen mhm 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 voll durchsichtig der plant hab ich sofort verstanden wo gehst du denn hier? da bin ich schon da da auf ihm erstmal da ist nur ein Kingslayer jawohl Kingslayer genau da oben der letzte oder? ja der letzte Kingslayer dann haben wir das komplette Gebiet durch die letzte da müssen wir nur noch Ärmdautüten Umbringer Verhören Zugierbringer Irgendwas davon mhm ich hoffe der gibt ein bisschen mehr Widerstand als der auch völlig gefährliche Vollwappler den wir noch abgeliefert haben du meinst der was fast ein Koks gestorben ist? ja der war lustig da ist die hä? der ist da oben ah die ist hier also ja da oben drauf da war 100 jahre mit dem Motor für kämmer ganz darauf wie wohlgemerkt kann man den einfach runter springen oder so ich hasse Bergsteigen ausgeht ja hauptsache irgendwie so fucking altar im Arsch der Welt legende äh legende ein Kambi genannt das divinatorisches Amulett der Kailawaya die Kailawaya sind traditionelle reisende Heiler aus der Region nördlich von Laplace die körperliche wie geistige Leiden behandelt die von ihnen praktizierte Medizin hat eine tausendjährige Tradition vor dem Inka und basiert auf den natürlichen Eigenschaften der Pflanzentiere und Mineralien aus den Anden eine typische Konsolidation besteht aus Musik, Tänzen und dem Einsatz von Talismane sie besitzt ihre eigene von der UNESCO anerkannte Sprache und Welt Entstehungslehre ganz interessant ja warte mal ich nehme mir die Doktor das ist ja interdienst wie hat's denn die Schnau keine Ahnung du hast es grad vergessen äh Kall la war ja gut die müssen wir die müssen wir bei privat äh ging so schauen bei Wikipedia ich glaub das war jetzt das letzte Anna Montepuncho Montepuncho hat noch 4 Kingslayer Dateien dann glaub ich haben wir komplett alle Kingslayer schonmal äh nein Inka Carmina hat noch welche ja eins wird die Schünitzkügel gehen sein und der andere wird da la meinst der El Sunjo der El Sunjo war's da die merk man denn nie den Typen der Boss der Bosse ja ja ich glaub glaub ich was seine eigene Leiden legt ab gut Deutsch er tut er ja nicht mehr er hat ja keine mehr er hat ja keine mehr hehehe er hat doch zwei eigentlich hat er nur noch eine die was umlegen kann den Rest haben wir ihm schon gemopst oder so aber umgelegt so ungefähr ja was war das was mit Raketen aber ich weiß nicht das galt glaub ich nicht uns und es galt uns wir haben sogar gekonnt ignoriert ja da bringen wir uns einmal runter da was hat jungs dauert ja ok ebenfalls scheiße hier lese marsch da die drei hecken da boh 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 alter von wo hast du was kann sein es ist der arbeitsplan einer der fluglotsen vom koani flugplatz seltsam der reise muss dieser Typ immer dann arbeiten wenn das kartell flüge plant alter heute habe ich bei monat sorry wir hätten ein auftrag wir hätten nur wichtige aufklärungsdatei alter 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 auch aus 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 wir haben uns beide gleichzeitig umgelegt du musst mir helfen ich habe mich mit dem typen gabst du mir haben uns beide gleichzeitig getötet so eine scheiße rein ins Auto! steig rein! drin drin rein 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 das sind die Rebellen äh da längs da was? da längs? sag ja da musst du gerade einen Zivilisten töten das hast du nicht gesehen, oder? ich hab's auch nicht gesehen und zu übertreiben da war ein Heli ich hätte so gelacht, wenn du dahin geblieben wärst das war Absicht nein, ich wollte da schon durchkommen ich hab nur nicht selber gedacht, dass das funktioniert der wäre jetzt fast cool gekommen ich weiß ja, ich hab's nicht gesehen und beschäftigt ja, ich hab das zu gut gesehen ich hab' mich gesehen heihei ich hab' mich gesehen ich hab' mich gesehen ja, ich hab' mich gesehen das ist die Zivilisten mit der drohne loslassen seitlich dann eine ist drin aussehen ja aus der sucht den scheiß markier mal ganz oft im geiste bin ich bei ihnen du darfst dreimal raten wo wir hin müssen ne, warte mal der ist näher, gottse tak, ist mir eh lieber ohne entdeckt zu werden ernsthaft wenn wir wieder eine silencer auftragen kann durchbrechen da kommt eine straße nehmen mit dem auto wir sollten eine silencer machen ich sehe die straße nicht du bist über die straßen gefahren aber egal wir sind schon da über die bank reisen oder gehen wir zu fuß dass wir hier sind es ist stark bewacht wir müssen uns etwas einfallen lassen um an den wachen vorbeizukommen wir müssen silent sein gehen wir leiser ohne entdeckt zu werden auf der straße ein auto oder ein truck entführen und damit rein fahren ich habe kartell trucks vor dem depot gesehen los geht's dann wird das dann wird das deine schwarzschützen bleib wieder offen und den auf der wachen hab ich drauf ich sieg durch mein fernrohr du meinst ein schalldämpfer meine okay abschuss bestätigt ich bin drinnen wo trage dich um dann siehst du es wie bist du da aufgenommen wie bist du da aufgenommen das steuer der was da daneben steht jawohl komm die drohne ist oben ja wir hätten selber auch drauf kommen können gell das brauchen wir da eigentlich ich hab keine ahnung betreten sie das depot ohne entdeckt zu werden wir haben alarm am start hier ist ein generator sollen wir mal den strom abstellen ich setze mal da in dem abgetrennten teil da der alarm ist jetzt aus dann suchen wir einen generator der schleift den finden sie dokumenter immer nur silent oder darf man jetzt full gas geben äh ich schätze mal nur immer silent in hinter dir jawohl da die drei haus sind einige ja aber da fix den einen in das haus aber in das haus müssen wir eine genau in das haus genau in das haus ich komme durch die seiteneingang sieg bis jetzt nur korn ja radio ok radio ist haus ok radio ist haus wie da stehen dann auf einmal zähne die ganze budel auch aber hinten stehen einfach mal zähne im hinterhof das beste ist ich habe es noch gesehen aber ich werde spät vor was haben die gehabt raucherpause oder was naja du bist los geredet auf einmal ja ja man dachte da steht jetzt keiner mehr ich habe den raum durchsucht ja 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 ich wollte da gerade losrennen habe mir gedacht nein schauen wir noch einmal rundherum und dann habe ich es durchs Fenster gesehen und bist aber schon losgelaufen gewesen ja passiert das leben ist hart und dann habe ich mir gedacht vielleicht hast du die Dokumente schon angeschaut dass ich auch von mitraub losfalle soweit bin ich leider nicht ganz gekommen ja super jetzt sind wir davor ich suche mal meinen eingang wieder der war cool ich bin noch im laden ich mache meinen eingang schon mal frei der war cool du stirbst grundlos ich habe kaum bock auf die oh mein gott was da hinten sagen wir ja aber mein eingang war der beste da ist nichts passiert lang ich klapp den pass auf bei dem lkw steht auch hier da hinten ja der ist tot ich glaub den truck hat er gemeint zum eingefahren naja bin ich nicht so dafür na das könnte schief gehen warum mit dem truck meine oder es ist um einiges leichter das wissen wir ja nicht so ne aber mir kommt das schon ziemlich leicht vor eigentlich naja bis auf das letzte stück war ja noch nicht raus mit dem truck müssen naja stellen wir jetzt das letzte stück hier auch nicht so schwer vor wenn man es schief von der seite immer ausschalten was will man das war jetzt besser wenn ich die KI hier dazu lernen würde mit unserer vorgehensweisen vorgehensweisen so ab jetzt schleichen die schnellste und präziseste waffe aussuchen mal kurz wir müssen nochmal blöken und es können noch mal probieren nach na und schmuggel rufen nach 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 1, 2, 3, 4 Ja, du siehst. Ich hab ein paar Vorhandschäle. Nicht aufstehen. Gejagt. Verdammt. Gejagt. Noch nicht entdeckt. Entdeckt. Also hier wird das schwarste Stück gehen. Ich probier's beim nächsten Mal mit Ableckungskörer. Aber dann musst du außen rum gehen. Um das Gebäude. Ja, ich bleib draußen. Du gehst ein. Bis du bescheid, wenn du so weit bist. Dann flieg ich mit einer Drohne übers Toch. Hau ein Ableckungskörer hin und dann hau ich ab. Probier mal. Und du holst dir die Target ein schnell. Ich weiß nicht, ob's abgejagt zur Zeit. Das war nämlich Kacke, wenn das dann da war. Ja, abgejagt hat's nicht Zeit. Erst wo sie uns gewischt haben. Im Kampf. Erst wo der Kampf geschauten ist, war die Mission vorbei. Wir könnten's auch mal mit dem Truck probieren, weil ich glaub, da waren wir zweimal schneller dran. Hab verkackt. Die da. Jetzt wollten wir's schnell. Okay. Oh mein Gott. Ah. Konzentration. Wo bist du? Im Bett. Okay, wir laufen jetzt auf uns in den Truck. Probieren's mit dem. Und schauen mal, wie weit wir mit dem kämen. Oh mein Gott. Das ist immer so, dass wir schlampig werden, wenn wir am Ende vom Gebiet sind. Aber die Quest, die war echt mies gelegt halt. Am Anfang geht's immer so, hm, müssen wir uns jetzt Dragonern ins neue Gebiet und so. Im Mittellauf geht's super. Da stehen wir ein Gebäude nach dem anderen. Ja. Ja, wir werden halt entdecken. Und dann am Ende? Ja, wir legen's halt auch immer drauf an, dass wir nicht entdeckt werden. Weil das nicht entdeckt, das dauert einfach so lang. Um. Ich bin noch nicht mehr da. Ja, wir wollen ja einen Truck haben. Äh. Ich mach nur den seitlichen Busen weg, weil's deppert werden. Dann B, dann B, dann B, dann B, dann B, dann B, dann B. Okay. Sicherheitshalber noch mal drauf geschossen. So, bin ich mal gespannt, wie das jetzt mit dem Truck funktioniert, ob das jetzt besser oder schlechter wird. Ja, pass auf, mit dem Truck steht da mal. In dem Truck? Nee, bei dem Truck habe ich gefeiert. Also stehen zwei Leiter da, oder was? Ja, bei mir ist er hinterm Truck schon, wo ich das erste Mal gesehen habe. Also ich hab da voran. Der war jetzt tot. Ja, gut. Dann war's noch einer. Es ist immer noch einer gewesen. Aber bei mir war er hinter bei, deswegen hab ich immer gedacht, ich hab's wärm oder so. Ja, so schräg dahinter. Los geht's. Halt ja überhaupt nicht auf, dass da zwei Ami-Leute drin sind. Nein, nein. Lassen Sie uns einfach so durch. Klar, vier Amis mit Kanonen und Akzent. Ist doch voll unauffällig. Jetzt hab ich da echt TPT gelesen an der zweiten. Die Nasche tippert. Jetzt ist das echt Eiskröle gar. Das ist echt eiskröle gar. Das ist echt eiskröle gar. Da müssen wir rein. Da müssen wir rein nehmen. Da wo der Typ da fast jetzt. Ja. Da hinten habe ich. Wo hinten habe ich? Da rechts runter. Okay. Da schaut's klar aus, glaube ich. Dass wir aussteigen können zumindest. Da haben wir's jetzt, oder? Ja, schaut gut aus. So. Schneeserl, oder? Drei Leute in dem scheiß Bunker. Ist dir bewusst, gell? Ich sag noch mal mal. Sätze Drogen. Markiere Feind. Sieg nur 2. Ohne fliegt. Alarm hier drüben. Geht ohrens grade ein hier. Weiter war's vor jetzt nämlich dort. Blöd, der steht vor der Tür. Ja, aber wir können ja nicht zum Zweier, wenn wir nicht einen haben. Einer ist jetzt im Raum. Warte, warte, er kommt. Halt, drin ist er noch. Ja, pass auf, er kommt. Ich habe eine ganz dumme Idee. Die locken? Nein, bringt sich glaube ich auch nichts, oder? Äh, doch schon. Warte, ich muss schnell umsatteln. Äh, gut. Ohne Dachmacher. Die ist nämlich schon voll ausgerüstet. So, ich geh jetzt noch in Deckung und locken. Okay. Du sagst, wenn ich komme. Das hat jetzt irgendwie nicht gejogt. Das Ding war viel zu offensichtlich. Das jogt noch nicht. Wie steht dann zu den anderen eigentlich? Schau mal nach. Sonst gehst du nicht um die Kurven und leg um. Nein, der war schon genau aus. Zickt er den? Ja. Der ist ja voll egal. Der ist ja voll egal. Ich probier's. Klickt. Drei Leute im Lager gerade. Ein Drecksack weniger. So, ich hab den einen, der was die Straßen patrouilliert. Jetzt kommt einer raus. Oder steht draußen. Der steht draußen. Warte, ich schau grad. Der ist seitlich ausgegangen. Er ist siegen nicht. Wie schaut's denn aus mit dem, der was vorn beim Auto steht? Ist der im Sichtfeld von irgendwem? Warte. Ja. Warte. 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 Dann haben wir es mitgekriegt. Ja, direkt die Bedrohung reicht. Das war mein Fehler. Scheiße. Ich habe aber noch... Oh, die habe ich noch. Die wäre. Sollen wir die Folge noch machen oder die nächste? Oh. Ich fahre einen Lastwagen. Nächste. Minder machen wir die nächste, oder? Ja dann. Dann war's das dann schon mal wieder von der Folge. Jo. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao. Peace out.